hey leute willkommen zu einem let's play black ops 2 abschluss bestätigt raid wieder zusammen wir beide daumen zum quadrat so oder so ja ich werde ich werde direkt angeschossen wirst mich verarschen wer mit diesem netten Akzent verabschieden Prozent ich will mich nicht wir können so was machen so Road to weil wir haben uns ein bisschen überlegt Road to irgendwelche ich will nämlich jetzt Sniper spielen und für die Sniper irgendeine Tarnung ich weiß nicht weil ich will meine Karte nicht muss ich bin jetzt schon scheiße mit einem gut Fakt ist das nicht gut verstehen ich spiele mit der einen ich bin dafür dass wir die anderen ich die eine aufgabe ich bin tot ich bin dass man die Shotgun auf Gold machen das ist wichtig nicht lustig ohne Witz schlag es ich hab's nicht erneut aber auch in der Tarnung einfach nein sie sind ich kann gar nicht sein ich hab nicht sie können beide nicht snipen gut dann fangen wir dann machen wir vielleicht also Ballister to Diamond Block nein nicht Diamond, Diamond ist zu viel Diamond wollte ich schon sagen Gold lol ich kämp' jetzt hier mit dieser gut aber fangen wir als nächstes nächstes Video an man, warum muss die Cap 40 Jahre so schnell nachladen da die Dingsmacht das Schöpfen nach von mir aus ist egal Schocken ist lustig Schlechtmärchen ja man sieht klar ist das Schöpfen Pro die du musst du jemand anders sagen ja den kenne ich das ganze Kostmann war natürlich nicht er bleibt ins Leben mit Schuss ich weiß schon Schottkern die anderen Spiele auch Schock ich hab kein Schottklasse Ich renne die ganze Zeit mit Sniper rum und spiele nur mit Zweitwaffe. Ich bin kurz vor Dings, ne? Ich bin kurz vor... Teil Heli. Und ich verarschle mich nicht. Komm, dann spiele ich jetzt auch eine richtige Waffe. Und ich bin tot. Zehn von Teil Heli. Das ist eine Waffe, die auch Kies macht. Nicht so... Ich bin... Bullnister oder so. Hat man die schon am Anfang? Die hat man nicht. Gut. Also wie schon gesagt, ab nächster Folge fangen wir mit Road to Gold. Alter, der Typ, der Typ mit Remington. Genau, der. Und die Remington. Ey, wie viele Hunter King die haben, ne? Warum gab das nur einen Abschuss? Leck. Leck. Ein Blitzschlag. Nein, nein. Bist ich doch, Junge, ohne Witz. Bist du nicht falsch? Aber richtig. Ey, wann gingen wir so Gegner ohne Witz, ne? Nur weil wir eine Wunde irgendwie... keine Ahnung, ein Zweierkader hatten, muss das nicht richtig heißen, dass wir einen Typ Gegner haben, die... Alter, keine Ahnung. Wie bekommen die denn 20 Blitzschläge? Wie bekommen die zwischen 20 Hunter Kinder? Oh, ne Witz. Ach, ich hatte das für ein Trophysystem der AGR. Irgendwie habe ich mich da verguckt, ey. Ich denke auch immer, dass ein AG an Trophysystem ist. Alter, ich hab 9 zu 16, Mann. Lol. Nein, das ist unmöglich. Dieses Spiel ist manchmal richtig scheiße. Hebe ich den auch schon sie selbst umgebracht. Aha, ja. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn ich hier noch bekommen. Das liegt AG? Anjąß ich hätte ne Drohne gehabt. Ja. R Jawohl zur mencion ist das AG. Ah, Tod das AGR. doch irgendwie schon aber ich weiß nicht so was ich lade nach bevor er tot ist und kann es nicht mehr abbrechen hatte ich jetzt auch jetzt wusste sie das ich hab die aufgehoben das ist ein Lappen wie Lukas Sokas so ein Typ aus unserem Clan also so Clan niederglichen und sie wird dort durch einen Tarnili die wir müssen zu tun nach einem Vorbilder er hat er klar Blitzschlag erreicher Verlust abzuwunden BWB nun ich hab den schon gesehen dass er von der BDW abschießen jetzt und was ich bin einfach Blitzschlag ich sehe dass ein Gainer da kommt ich leg mich extra dahin und warte weil ich den ja so ja egal ich bin kurz vor Tarn-Heli das ist kein Scherz Scheiße der 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 mein den Wächter Stop Wächterring also das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen ich bin immer vor Tarn-Heli tot immer Erschütterungsgranate geworfen Erschütterungsgranate geworfen Der Typ hat einen Todbringer oder wie das Teil heißt das ist wichtig ich alle das ist wichtig das ist ja das war ich da Fächer hat meine maus und nägel gespackt ich bin durch ein einmal wo stellen die Scheiße haben eine Notetriebe Abschuss verwehrt durchschraubt der Abschuss bestätigt er schreckt durch er wird nämlich ich denke ich er hat ja es gab er hat gesprayt der Typ aus und so gut zu stehen wir brauchen manchmal denke ich und Ende das ist aber ziemlich schlecht geworden das Spiel 100 zu 45 Egal mit diesen schlechten Scheiß Akzent mit Scott und Speyer kann man das jetzt nicht nennen aber die Waffe auf Gold haben nicht das also nächste Runde machen wir Dings auf Gold die Remington oder keine Ahnung welche irgendeine Sniper aber ich hab ne Schein aber für die Balliste damit die Balliste auch nur noch Hitmarker macht juhu und bis später tschüss